Welche ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Würfel mit zwei ungezinkten sechsseitigen Würfeln die beiden Würfel denselben Wert anzeigen? Hier sind die 36 Möglichkeiten und hier sind die 6 Möglichkeiten, so dass beide Würfel denselben Wert anzeigen. Die gefragte Wahrscheinlichkeit liegt also bei sechs günstigen Fällen auf insgesamt 36 Fällen, das heißt 6 Sechstunddreißigsten. Das macht ein Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit ist also 1 zu 6 und demzufolge ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten. Das stimmt?